Supi, juppeidi und juppeido, was ich mach, das macht mich froh, mehr oder weniger. Oha, da ist was Großes. Ich will mal was gucken. Der wird bestimmt richtig Aua machen. Das hat Eindruck hinterlassen. Fuck. Dreh dich rum. Jawoll! Dreh dir. Dreh dir e matching. Alter, du Ratten-Gesicht! Euch hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also, ich will zwar jetzt nichts sagen, aber wenn die Probleme mit solchen Maschinen hatten, hätten sie eine Aloy gebrauchen können. Aber ich hab mich jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Wer kommt wo? Ich mein, komm schon, Aloy. Da ist noch einer, der müsste doch eigentlich... Mal gucken, was passiert, wenn ich den so richtig schön... Alter. Joa, joa, also ich würd sagen... Damage läuft, ne? Da will ich mich auch gar nicht beschweren. Hallo? Danke. Ich würde gerne eine Sache mal machen, die ich vielleicht bereue. Also, im Spiel... Was sind das für rote Flecke? Woher ist es dunkel? Ähm... Und zwar würde ich gerne mal alles, was ich habe... und nicht trage aktuell... Halt mal verkaufen. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Ne, die muss ich ein bisschen ausräumen. Ne, die muss ich ein bisschen ausräumen. Okay... Ich muss zum Kopf des Langehalses hinauf... Das weiß ich. Hab ich auch vor. Das... Lass mich nochmal laufen. Und die Gegend freimachen. Mäuschen, ne? Dann kriegen wir das ohne Probleme hin. Hallo, Wächter. Tschüss, Wächter. Komm ich überhaupt hoch? Erwischt. Milzer. Warum ist die Wüste immer so voll von diesen Viechern? Hm. Ja, natürlich. Auf einmal sind sie alle wieder da, ne? Hier gibt's kein Leben. Also machen wir erstmal 50 Milliarden Maschinen rein. Ich find's halt ein bisschen doof, dass die Flammen über die gesamte Map gehen. Das haben sie, da hätten sie ruhig mal eine Begrenzung reinmachen können. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Ah! 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 Meine Güte! Nein! Das war's. Ja, das war's. Und gehauen! Alter Verwalter! Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber das war ein bisschen übertrieben, fand ich. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viele halt sind. Ich dachte, so ein paar, so vereinzelt, aber leck go mio. Mehr kann ich nicht tragen. Wie, mehr kannst du nicht tragen? Inventor, Modifikation, Platz. Hier haben wir keinen Platz mehr. Das ist schön. Verkauf gegen Metallscherben. Okay. Okay. Achso, das ist ja kein Verkauf. Ups. Ja, das ist natürlich ein bisschen interessant. Dann würde ich aber sagen, weißt du was? Was sagt denn, was sagt denn mein iPad? Was sagst du denn? 1,50 Minuten. 1,50 Minuten. Das könnte hinkommen. Das könnte hinkommen. Ähm... Den machen wir noch. Wo kommst du denn schon wieder her? Was hast du denn hier drin zu suchen? Ich will hier auf den... Boah, komm schon. Ernsthaft. Ich muss doch da irgendwie hochkommen. Den langen Hals will ich jetzt noch machen. Komm, du kannst doch da... Ich hätte keine Ahnung, wie ich sonst hier hochkommen soll. Ich glaube, ich kann von hier aus auf den langen Hals springen. Es war anstrengend. Na, so viel zum Thema eben Dusche gehabt. Vor der Aufnahme dachte ich so, gehst du nochmal schnell unter die Dusche. Tja. Die war für die Katz. Die war für die Katz. Ich muss gleich nochmal hingehen. Na, langen Hals, komm her. Ob ich den One-Hitte? Also so ein bisschen... Ups. Juckt's in den Fingern. Oh, komm schon, langen Hals. Bewege dich mal ein bisschen. Komm, kleiner langen Hals, komm zu mir. Ich habe auch viel Toilettenpapier. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber... Wollte schon sagen. Machst du nicht Geräusche, wenn du da bist? So, jetzt aber schnell rüberspringen hier. Was man nicht alles macht, nur um ein bisschen Karteninformationen zu bekommen. ... Noch umständlicher geht's nicht, ne? Hätt's auch... Kann's auch rüber treiben, okay? Okay. Und dann... ... ... ... ... ... ... ... ... Super. Es hat einfach mal nichts gebracht. Oh, komm schon. Also nicht, es hat was gebracht, aber nicht den Kartenabschnitt, den ich wollte. Dann würde ich sagen... Boah, jetzt muss ich mich noch nach vorne beugen. Ich glaube, ich bin vorhin durch. Ich weiß gar nicht. Das ist schön. Äh, 222 Minuten im derzeitigen Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das Steam-Overlay sieht, aber... Ja. Also, schick's für heute. Muss ich ganz ehrlich sagen, bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Das will ich aber nochmal speichern. Und dann... Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.